Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 27. Juli Und David sprach zu Gott, Ich bin, der gesündigt und das Übel getan hat. 1. Chronik 21, Vers 17 Ist es uns klar, dass hier etwas ganz Erstaunliches geschehen ist? Über das Volk Gottes im alten Bund ging ein hartes Gericht Gottes. Schrecken und Jammer hatten alle niedergeschlagen. Da erhebt sich auf einmal der König vor Gott und erklärt, Herr, was haben diese armen Schafe getan? Ich, ich habe gesündigt. Wo gibt es denn so etwas? Überall ist man zwar einig darüber, dass die ganze Welt voll Schuld und Sünde ist, aber immer sind es die anderen, die gesündigt haben. Immer die anderen, nie wir selbst. Haben wir eigentlich schon einmal so zu Gott gesprochen wie der David? Dass wir nicht andere, sondern uns selbst anklagten vor Gott? Da versteht man auf einmal, dass der König David ein besonderer Freund Gottes war. Eigentlich ist das seltsam, denn jeder in der Christenheit hat doch davon gehört, dass dieser David einige ganz böse Dinge getan hat. Die Bibel berichtet von einem Ehebruch und von schmählichem Verrat Davids. Und der soll ein besonderer Freund Gottes sein? Ja, unser Text verzeigt ihn als einen Mann, der aus der Wahrheit ist. Der Ausdruck aus der Wahrheit stammt von Jesus, dem Sohn Gottes. Der hat gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ja, wer sich selbst verklagen kann, der findet hin zu Jesus, der unsere Sünde an das Kreuz getragen und weggetan hat. Der findet Gnade und Vergebung und wird so ein Freund Gottes. Solange wir in der Finsternis wandeln, klagen wir immer alle anderen an. Aber wenn wir in das Licht Gottes kommen, verklagen wir uns selbst. Herr, zeige mir mein eigenes Herz. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Danke schön.